Es gibt ja Leute, die haben was gegen harmlose Zauberei. Ach was! Es heißt doch, kleine Hexen sollen jeden Tag das Hexen üben. Hex, Hex! Wenn diese kleine Hexe erstmal richtig in Fahrt ist, Hex, Hex! hinterlässt sie das absolute Chaos. Und an Aufhören ist bei ihr überhaupt nicht zu denken. Bibi Blocksberg, ab 5. April um 19 Uhr im Kika.